Ich habe eine ganz tolle Musiker hier auf der Bühne und ich möchte natürlich, dass Sie und ihr wisst, wer hier mit mir auf der Bühne steht. Und ich fange an mit dem Mann am Bass, der wirklich fantastisch an diesem Moment ist. Bitte, eine herzliche Freude Waffen zu den Glauben von mir. Weiter kommen wir zu dem Mann an den Keyboards, der halt eben auch verantwortlich ist für die Additional Sounds, also die Songs, die eingespielt werden. Und der aber am Instrument auch hervorragend ist. Das ist Wolfgang Conant. An der Gitarre haben wir eben schon bei der Anlagsschichte gehört. Und das ist immer so lustig. Ich meine, ich gebe hier viele Konzerte auf dem Ausland. Und möchtest du jetzt Englisch angesagt oder Deutsch angesagt? Österreichisch. Österreichisch! Oh Gott, oh Gott, oh Mensch, das ist ein langes Film. Das ist ein langes Film. War ich kein langes Film? Ich habe keine Ahnung, das ist ein langes Film. Ich habe es nicht so lustig, ich habe mir auch nicht so lustig gemacht. Ich habe es nicht so lustig gemacht. Er ist wirklich ein langes Film. Mein Schlagzeug ist unglaublich, ja, eigentlich das Metronom einer Band. Und ich denke mal die Ebene, die braucht man. Und ich bin ein ganz großartiger Musiker. Ich bedanke Nick Schaschwert.